Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon 2 Online, naja, Salmon Run. Mein Name ist Laufen Katzett und naja, heute habe ich was besonderes zum herzeigen, weil da steht ein Fragezeichen bei den Waffen, wie ihr da sehen könnt. Und ja, ich möchte gerne mal selber wissen, was das genau bedeutet und wenn das das ist, was ich vermute, dann möchte ich es auch gerne herzeigen. Also ja, schauen wir mal was passiert und wünscht mir Glück, würde ich mal sagen. Was sind eigentlich die Standardwaffen, Blaster, Airbrush und Disperser, ich glaube ja. Okay, und einer von den vier hat eben eine andere Waffe. Vielleicht eine besondere, vielleicht irgendwas randommäßiges, bin ich mir nicht sicher. Aber ja, wir machen das heute im Salmonidendamm, eben die Map, die was man ja schon seit eh, uh, ich sehe schon, da hat einer eine besondere Waffe. Holy shit, ha ha, schaut nicht schlecht aus. Und da ist schon einer geschoben, super, kommt durch dran. Ja, ich sehe hier, mehrere Gegner. Ich möchte mich mal mit den kleinen. Posten, sehr gut. Nice, ich löse die ab. Sehr gut. Nice. Okay, lauft nur gut. Sweet, okay. Ja, schaut nach ziemlich einfachen Runden aus, würde ich mal sagen. Ey du, was spinnst du eigentlich? Echt jetzt? Äh, Moment, der feiert. Hopp. Wo ist der Tote? Sehr gut. Das klingt gesolot. Jetzt den. Hopp. Ich bin mit eingefressen worden. Wurscht. Okay. Du. Passt du. Super, er hat mich sofort da weggeschubst. Äh. Wo sind die? Da. Sehr gut. Schneller weg. Ah, ich sehe nichts mehr. Keine Ahnung, wohin. Okay, das Ding da muss weg. Du störst. Ich sag's so, es ist. Oh, nein. Schräge Runde. Warum läuft das gerade nicht? Das sollte einfach sein. Mit den Waffen, die wir da zur Verfügung kriegen. Sollte das ja einfacher ist wie, weiß ich nicht. Oh. Weiß ich nicht, was ich sehen. Hey du, beweg dich. Ah, Kanonen. Okay. Steigt da einer in eine Kanone? Ja, passt. Dann gehe ich. Weil wir können ja nicht 10 Kanonen haben. Das war für Züge. Hallo. Unterstützung. Unterstützung. So wert ist nix, gell, Team? Da verlieren wir. Es gibt ja überhaupt nix. Ich muss voll vertragen da auf die Teamkollegen, dass die alles zusammenräumen. Das einzige, was ich tue, ist einsohmein. Weil, ja, sonst geht sich das zeitlich einfach nicht aus. Und wieder weg. Okay, wirf ich denn noch. Ist da hinten wieder. Guck mal, wir unterstützen. Wäre nett. Wäre sehr nett. Okay, sind die Dinge weg. Muss ich woanders hin. Ah, gott, dinget. Ah. Ich hab's schon gesehen. Ja, wurscht. Warum laufen die Runden gerade nicht? Das ist die größere Frage. Sind da irgendwelche Verbindungsprobleme bei den Kollegen oder so? Oder sind sie einfach nur schlecht? Hm. Na gut. Auf jeden Fall hab ich jetzt in Runde 1 keine spezielle Waffe gekriegt. Nicht einmal die Fragezeichen-Waffe. Und, ja, ein paar Runden werden wir wahrscheinlich heute machen. Wahrscheinlich so... Ja, weiß ich nicht. 10. Ich hab keine Ahnung. Also frech jetzt. Das war ja eigentlich ein Special-Tinten-Dieser. Das ist keine schlechte Waffe. Ah, best. Gesser. Da mach ich einmal ein Boom. Und Boom. Dann Unterstützung. Äh, wenn die da herkommen, sind wir... Oh nein. Oh. Ich hab's schon gesehen. Da laggt einer. Und das ist ziemlich wild. Oh nein. Äh, wenn das so weiter geht, geht's stübeln. Ja, ja, ja. Ja, die kleine Mistließe. Get go niet. Betroffen. Na, was? Ach Gott. So was auch noch... Fogo. Ah, ganz drüben, super. So, diesmal getroffen. Okay. das war schaden das problem ist okay wir schaffen es gerade noch gut ich bin nicht sehr zufrieden ich sag es einmal so wie es ist aber geschafft ist geschafft das soll so nicht passieren so knapp mit den waffen na das eigentlich perfekte waffen junior kleckser war diesmal dabei als fragezeichen waffe na gut dann ist die nächste runde wo sie eine runde wo ich eine spezielle waffe also bis gleich fragezeichen was ist es der wer ploviata der witzigerweise ja per tower feuer funktioniert okay ja wahrscheinlich wenn dies als einzelrunde vielleicht da nicht als einzelrunde drehen aber schauen wir mal ah ja das ist ja mächtig oh yes da kann ich durchradieren aber die tinte geht relativ schnell aus ist der einzige nachteil ja gut ab der ploviata funktioniert relativ gut man muss nur wegen der lauf passen dass nichts schlägigeres passiert ja du kannst mir mal oder weder durchradiert diese fast schon frechelt ach jetzt stürme ich stürme ich will die wand da nutzen aber es hat nicht funktioniert wo ist der letzte kollege da nice schnell weg ich hab aber echt jetzt so wenig tinte schade na gut aber ja jetzt habe ich die spezielle waffe einmal gesehen auch in einem zu dritt kampf was ich sehr schräg finde aber wie gefällt mir meine schicke waffe ja gefällt mir gut der ploviata mächtig und ja ich werde weiter machen bis dass ich heute wieder die die üblichen 1200 habe also mach ich das okay sagen wir wieder zurück im salmoneen damm vom herr sammeln ich sag das ist so gern ist so wahnsinn na gut was haben wir da jetzt alles wir haben airbrush okay gut und gleich kein problem würde ich einmal behaupten gleich längs ich habe mich noch nicht mehr da hat mich noch geschmissen wie ist das passiert du nicht Das zahlt sich nie zu aus. Ich mach keine Solo-Aktionen. Das Firmen-Luster sind Solo-Aktionen. Das ist nicht so geil. Wieder kein Hände. Okay, irgendwo ist da ein Ding. Sehr gut. Gerade noch zerstört. Oh, shit. Jetzt bin ich fast gestorben. Nicht sehr geil. Warum ist das nicht eingefärbt? Das stört mich. Ja, ich hilf doch. Schau dabei, dass hier eine Bombe los wird. Und dann... Der. Gerade noch. Okay. Äh, ja, perfekt. Okay. Jetzt noch einmal ein Geschoss. Ah, mei. Zig. Und schon wieder gut. 29. Fuck. Okay. Los geht's mit dem Feindispersor. Fern, will ich schon sagen. Okay. Es ist Standard hoch. Und wir haben die ersten Gegner. Wo? Da drüben. Oh, ein Sniper. Hm, ein zufälliger Sniper. Ja, warum nicht? Warum haben wir keine Waffe? Ah, Waffe, sorry. Oh, oh. Danger, 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 danger. Ich hab's erwischt. Es ist weg. Es ist weg. Es steckt kein mehr. Da greifst du, oder brauchst du noch eine Stunde? Gesund. Haha, anziehen. Oh, nice. Okay, läuft gut. Vorherst. Ich lebe noch. Hahaha, nice. Nice. Ah, ich will eigentlich. Shit. Ich lebe noch. Bitte is. Ich weiß nicht. Du musst weg. Wie lebe ich noch? Ich hab keinen Dunst. Ich müsste in jedem Moment sterben. Eigentlich. Okay, so viel wie möglich noch reinbringen. 26. Okay. Der Rest mach ich safe. 27. Nice. Bist du deppert war diese Runde. Da war jetzt 10 Mal draufgekommen. Haha. Ah, was haben wir da? Einen Carbon Roller. Ja, es kommt so ziemlich jede Waffe einmal vor, wie's ausschaut. Was ich jetzt so bemerke. Und werden unruhig. Ah, das mit Carbon Roller ist so halb gut, oder? Na, ist super gut. Kannst du einfach wieder rollen. Ah, shit. Hey, du, spinnst du eigentlich? Okay, 7. Hör mal. Ah, fuck. Auf vorne. Ha. Hör. Gut. Schnell weg. Ah, 2-tech. Ah, 2-tech. Chaos, 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 Chaos. Aber ohne 2-radreißig. Sweet. Okay, gute Runde, Wahnsinn. Ha. Waren wir nicht gestorben, oder? Das ganze Ding war gut. Ich glaub, das lasse ich sogar als Ganzes drin. Ich bin, ich... Ich hab da keinen großen Kommentar geholt. Es war Wahnsinn. Ha. Ja, gut. Dann würd ich sagen, ich mach's weiter. Und, ja, irgendwann werden wir wie genügend Punkte haben, dass ich 1200 hab. Hehe. Okay, und somit würd ich sagen, willkommen zur letzten Runde des Tages für den Salmonan im Salmonidendamm. Ja. Ich sag's gerne. Es ist ein Wahnsinn. Äh, was haben wir da? Airbrush MG. Los geht's. Äh, wir haben auch schon einen Gezeitenwechsel. Schaut noch tief aus. Da es dunkel wird, rechnen die auch mit Kanonen. Okay, ich werd's vorst gehen. Weil. Hey, Firmblaster. Brauch kein Scheiß. Hehe. Echt nicht? Hehe. Äh. Achso, du, ich seh nix mehr. Nice. Nice. Er hat mich. Das passiert mir in letzter Zeit so oft, dass er mich einfach runtergeschubst. Hey, du. Nicht wegrein. Das nix ja nix. Hallo? Haha. Das gibt's ja nix. Naja, bin schon unterwegs. Das Priorität eint so was. Okay, können wir meine immer zusammen oder was? Muss ich mir ein bisschen aushelfen. Was geht das da? Ah, scheiße. Da wollte ich deni. Ein wenig aushelfen. Wo, wo sind die Kollegen? Da ist einer. Da ist der zweite. Wo ist der dritte? Da oben. Gut. Äh. Du musst das Zeug da loswerden. Ah. Ah. Ah, ich lebe noch. Wahnsinn. Äh, mit dem Kollegen da oben bin ich nicht ganz zufrieden. Aus dem... Warum ist der Fernblaster da unten gegangen? Das ist ja... Wahnwitzig. Ah. Ja. Tönerroller. Ah, gut. Nicht optimal. Ich sag's nochmal so. Vielleicht kann ich ja damit was anstellen. Vielleicht. Ah. Vielleicht auch nicht. Mehr Rollen. Dann einen Hafen aufladen. Wie würde ich sagen. Zack. Zack, 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 zack. 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 Und drauf. Und drauf. Und... Das bringt ja überhaupt nichts. Wernsinn. Der Dünnerroller ist jetzt nicht geeignet. Ich sag's einmal so. Ich kann zwar durch die Brocken durchlaufen, aber... Was bringt's mir? Nichts. Alter. Wenn wir die Runde verlieren, haben wir's verdient. Moment. Hey, Moment. Dann kann's sogar sehen, dass das nicht einmal die letzte ist. Äh. Mit 2,30. Eher schon. Okay. Äh. Ja. Dünnerroller. Nicht geeignet für diesen Spielmodus. Ich sag's so, wie es ist. Na. Geht gar nicht. Was? Ich hab mehr gekillt? Ah, nein. Zu stucht. Äh. Na gut. Ähm. Ja. Das war's für diese Runde. Ähm. Ich würde sagen, nächstes Mal werden wir wieder mal eine Runde ranked machen. Und... Ja. Ich freu mich schon. Also, dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Und fertig. Und...